Ja, hallo Freunde und ganz ganz herzlich willkommen zu einem neuen Let's Talk und heute geht es um das große Thema Master Modes in Star Citizen mit Alpha 3.20. Was ist das? Was soll das bringen? Warum braucht man das überhaupt? Warum ist es so wichtig? Und was sind eventuell die Stolpersteine, die dieses System mit sich bringen könnte? Lasst gerne ein Abo für mich da, wenn ihr euch für Star Citizen Themen interessiert und wir reden mal drüber. Ich will euch mal so eine Rundum-Einschätzung dazu geben, ein bisschen darüber sprechen und euch ein bisschen aufklären für die, die gar nicht wissen, was es ist vor allem. Aber auch für die, die es schon kennen, noch ein bisschen in die Details reingehen, was uns da jetzt mit 3.20 erwartet. So, erstmal, warum eigentlich 3.20? Schauten Sie mal hier. Das ist der Jump Point, der neueste und da wurde hier sehr, sehr lang und breit über den Arena Commander gesprochen. Haben wir schon im Stream durchgenommen gemeinsam und das Entscheidende hier ist, wir haben die neuen Experimental Modes. Das ist quasi ein Modus im Arena Commander, da ist es quasi ausgelagert, wo CRG Dinge ausprobiert, bevor sie es dann später ins Verse reinbringen oder aber auch Dinge einfach zum Balancen reinpackt. Das sind verschiedene Modi, Gun Rush, Tank Royale, Single Weapon Elimination, aber eben auch die Master Modes. Das heißt, und das ist ganz, ganz wichtig, dieser Spielmodus, dieser Master Modes, Experimental Mode, ist quasi für uns eine Chance, dieses neue System einmal kennenzulernen, auszuprobieren und ganz, ganz wichtig, dann Feedback zu geben. Deswegen möchte ich auch jeden hier schon mal vorab aufrufen dazu, das auf jeden Fall zu testen. Das ist unglaublich wichtig tatsächlich und dann im Spectrum, in den entsprechenden Posts, zeige ich euch dann, wenn es so weit ist, ja, seine Meinung kundzutun, wie er oder sie das ganze System erlebt, was auffällt, was gut oder schlecht läuft und so weiter. Denn wir wollen natürlich möglichst, dass CRG maximales Feedback dazu bekommt, um die Master Modes so zu designen und so zu balancen, dass sie uns nicht das Spiel kaputt machen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, denn die Master Modes könnten genau das tun. Sie könnten sehr negative Auswirkungen haben, ich glaube es zwar nicht, aber da müssen wir alle ein bisschen gemeinsam an einem Strang ziehen. Zur Verfügung stehen dann der Free Flight zum Ausprobieren, das Duell und der endlose Vendul Swarm, also wo unendliche Wellen kommen. Das heißt, in diesen drei verschiedenen Spielmodi sind dann diese Master Modes aktiv und können von uns ausgetestet werden. Wie genau das dann funktioniert, werden wir noch sehen, was genau an Schiffen dann verfügbar ist für die Master Modes, werden wir auch noch sehen. Dazu habe ich leider noch keine Infos, aber auf jeden Fall ist es schon mal eine gute Nachricht, dass diese ja wirklich sehr, sehr große und wichtige Veränderung des gesamten Flugmodells in Stars, das nun Stück für Stück reinkommen wird, das ist wie gerade nur der erste Schritt, um das Grundbalancing hinzubekommen, um Feedback zu sammeln und dann werden sie es ausrollen in das normale PU. So, fangen wir vielleicht erstmal damit an, was sind eigentlich Master Modes? Master Modes sind ja im Prinzip, wie der Name schon sagt, Modis, die man in den Raumschiffen umstellen muss. Das ist also eine Pflichtveranstaltung. Wir haben aktuell jedenfalls im Plan zwei verschiedene Modi. Das eine ist der SCM-Modus und das zweite ist der Navigations-Modus oder Cruise-Modus. Das heißt, wir wählen quasi im Raumschiff frei zwischen diesen beiden Einstellungen und das Schiff wird sich entsprechend, ja, umstellen. Dazu komme ich gleich nochmal. Einige kennen das vielleicht noch von ganz, ganz früher, wenn ich mal daran erinnern darf. Wir hatten früher in Star Citizen, das heißt so Alpha 2 Punkt irgendwas, sogar drei verschiedene Modi quasi. Wir hatten den Landemodus, da sind die Raumschiffe automatisch auf eine sehr, sehr niedrige Geschwindigkeit runter gedrosselt worden. Wir hatten den normalen SCM, das heißt, da konnte man so um die 200, 250 Meter pro Sekunde fliegen maximal. Und dann gab es quasi den Cruise-Modus, also den schnellen Modus, da kann man nur rein mit dem Afterburner. Da konnte man hoch beschleunigen auf bis zu 1000 Meter pro Sekunde. Das ist alles super lange her und CRG hat folgendes probiert. Das müssen wir mal als kurze Vorgeschichte hier durchsprechen. Sie wollten gerne uns die volle Freiheit lassen, also sie wollten eigentlich weg von diesem Modi. Das Problem ist allerdings, es ist halt ein Computerspiel und es gibt verschiedene Gründe. Dazu kommen wir im Laufe des Let's Talks nochmal, warum man gerade im Bereich der Bewegungsgeschwindigkeit verschiedene Grenzen braucht, einfach um die Sinnhaftigkeit des Spiels überhaupt zu gewährleisten. Es ist zwar jetzt kein perfekter Vergleich, aber man kann sich es vorstellen, wie beispielsweise in World of Warcraft, aber auch bei anderen MMOs, bei Elite und Co. gibt es ähnliche Systeme, wo du quasi ein Schnellreisesystem hast, auf dem du sehr eingeschränkt bist, was Kampf und ähnliches angeht. Bei WoW zum Beispiel, wenn du auf einem Reittier sitzt, kannst du halt nicht kämpfen. Und wenn du kämpfen willst, musst du vom Reittier runter. Bei Elite ist es auch so, da hast du im Raumschiff einen Schnellflugmodus, da gehen keine Waffen. Wenn du schießen willst, musst du runter in den langsameren Flugmodus und so weiter. Ja und CRG hat eben probiert, davon wegzukommen, wie gesagt, und wollten gerne uns die volle Freiheit lassen und das total dynamisch sozusagen balancen und, naja, was soll ich sagen, sie sind damit krachend gescheitert. Denn Tatsache ist, im aktuellen Spiel und noch die ganzen letzten Jahre ist es nun mal so, dass diese volle Bewegungsfreiheit, also quasi, dass wir permanent, auch im Kampf, beliebige Geschwindigkeiten erreichen können, das sorgt dafür, dass die Kämpfe in Star Citizen komplett Banane sind und vor allem auch, dass man jederzeit einfach flüchten kann und der Gegner im Prinzip kaum noch eine Chance hat, irgendwas dagegen zu unternehmen. Sie haben alles probiert, sie haben versucht, die Schilde zu schwächen, während man quasi hoch in der Geschwindigkeit ist, sie haben das Aiming verschlechtert, wenn man schnell fliegt und verschiedene Sachen ausprobiert, aber am Ende kommt man immer wieder aufs gleiche Ergebnis. Das Einzige, was wirklich relevant ist, ist das Thema Geschwindigkeit, wenn man im Kampf ist und je höher man beschleunigen kann, je krasser man ausweichen kann, desto besser ist man letztendlich auch im gesamten Kampfgeschehen. Es spielt quasi keine Rolle, ob man jetzt gut treffen kann oder nicht. Es reicht aus, wenn ich ab und zu mal treffe, Hauptsache ich werde nicht getroffen währenddessen. Dann dauert halt der Kampf länger, aber ich gewinne ihn trotzdem. Geschwindigkeit ist das A und O im PvP, aber auch generell in Dogfights. Außerdem hatte das bisherige System dazu geführt, dass, naja, eine Gladius, eine Singleplayer-Gladius mit einem einzelnen Spieler drin, locker flockig in der Hammerhead besiegen konnte, wenn man wusste wie. Denn man kann einfach so schnell um die Hammerhead drumherum orbiten, also quasi sich drumherum drehen, dass die Geschütztürme gar keine Chance haben, hinterherzukommen. Nun kann man nicht sagen, okay, dann beschleunige ich doch einfach die Geschütztürme, aber irgendwann wird es auch albern, dann würden die Geschütze wie in so einem Arcade-Shooter zack, 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 sich ohne echte Physik drehen. Das macht irgendwie auch keinen Sinn und ist auch nicht besonders spaßig, denn die Kämpfe werden ja aufgrund der hohen Geschwindigkeiten in große Distanzen getragen. Wir sehen ja kaum, gegen was wir kämpfen. Es ist meistens einfach nur der Vorhaltepunkt, der größer ist als das Schiff. Ja, wir schießen quasi auf rote, leuchtende Vierecke und nicht auf Raumschiffe. Das ist also auch von der Immersion her so ein bisschen ein Problem. Und genau deswegen gibt es die Master-Modes. Das ist nun ihre hoffentlich endgültige Lösung, die dann hoffentlich auch gut funktioniert, wo man eben den Spieler einschränkt in den jeweiligen Systemen. Das heißt also, wie bei anderen Spielen auch, wie das eben ganz klassisch ist, wir haben einen Schnellreisemodus, wie gesagt, der Navigationsmodus, in dem man keine Waffen hat, keine Schilder hat, keine Raketen abfeuern kann, auch kein Bergbaulaser, Salvage-Laser, Traktorstrahl und Co. benutzen kann. Also wirklich ein reiner Schnellflugmodus. Und wir haben den SCM-Modus, wo alles so geht wie jetzt auch. Also Waffen, Mining, alles, gar kein Problem, aber mit einer sehr, sehr stark verringerten Geschwindigkeit. Wichtig dabei, die Beschleunigungsraten der Schiffe bleiben trotzdem erhalten. Also man muss jetzt nicht befürchten, dass ein Jäger plötzlich total langsam und träge wird. Nein, er kann trotzdem in sehr, sehr kurzer Zeit auf gute Geschwindigkeiten beschleunigen. Und ein großes Schiff wird entsprechend langsam beschleunigen auf die Maximalgeschwindigkeit. Aber die allermeisten Schiffe werden sich irgendwie zwischen 200 und 250 Meter pro Sekunde bewegen, maximal im SCM-Modus. Hinzu kommt dann auch der Afterburner, der ebenfalls deutlich gereworked wird. Denn der Afterburner wird es wirklich erlauben, dass wir über diese SCM-Speed-Grenze hinausgehen können. Also wir sind tatsächlich aufgrund des Afterburners in der Lage, trotz SCM-Maximal-Speed von sagen wir mal 250 auf 300 oder 400 zu kommen. Aber das ist dann stark eingeschränkt, weil der Afterburner, der wird entsprechend auch gerebalanced. Es wird also schneller sich verbrauchen, es wird sich langsamer aufladen, je nachdem, was es für ein Schiff ist. Das heißt aber auch, dass Jäger zum Beispiel wahrscheinlich deutlich besser darin sind, diesen Afterburner für solche Manöver zu benutzen, als eine Cut-and-Splack, ein Trading-Schiff oder Mining-Schiff allgemein. Das heißt, die Master-Modes erlauben tatsächlich aufgrund dieser Veränderung eine deutliche Differenzierung zwischen den jeweiligen Schiffsklassen. Auch ein Racing-Schiff zum Beispiel wird vermutlich deutlich besser mit dem Afterburner arbeiten können, als ein mittlerer Jäger. Wie genau das Ganze dann am Ende des Tages gebalanced wird, wissen wir noch nicht. Dafür ist dann dieser Playtest quasi da, dieser Experimental-Mode. Und da müssen wir es uns einfach angucken, Feedback geben und probieren. Aber reden wir mal drüber, wie sich das Ganze auswirken wird, wenn es dann irgendwann mal im richtigen PU drin ist. Denn einige Leute haben große Sorgen, dass diese Master-Modes das ganze Spiel kaputt machen. Und tatsächlich, wir reden hier auch von einem generell sehr stark ins Spiel, in die Grundfeste des Spiels eingreifenden System, weil ja diese Flugmodelle, die sind immer das A und O. Und dann kann es halt wirklich passieren, dass uns das alles um die Ohren fliegt. Genau deswegen testen sie es auch vorher erstmal im Arena Commander. So, also machen wir mal so ein paar Beispiele und gucken uns mal an, wie die Schiffe sich aller Voraussicht nach jedenfalls mit Master-Modes verhalten würden. Nummer 1, ein Handelsschiff. Ein Handelsschiff braucht normalerweise keine Waffen, wenn es handeln will. Und die Schilde sind zwar nicht unwichtig, aber wenn man nicht angegriffen wird, sind die auch im Grunde genommen egal. Ein Handelsschiff könnte also ohne weiteres einfach im Navigationsmodus, im Cruise-Modus unterwegs sein die ganze Zeit und somit also auch mit Max-Speed herumfliegen, würde also von Kampfschiffen insofern nicht wirklich eingeholt werden können, automatisch. Denn ein Kampfschiff muss ja um zu kämpfen überhaupt erstmal in diesen SCM-Modus gehen, wo dann die Geschwindigkeiten stark runterfallen. Jetzt kann es aber sein, dass sie genau deswegen die Maximalgeschwindigkeiten von großen Schiffen runtersetzen oder die Maximalgeschwindigkeiten auch im SCM-Speed von leichten Jägern und Kampfschiffen raufsetzen, wiederum, um dieses Problem zu lösen. Ob man beispielsweise auch im Cruise-Modus landen kann, ist sehr fraglich. Man weiß es nicht genau, müssen wir mal sehen. Kann also sein, dass wenn man andocken oder landen will, spätestens dann also in den SCM-Modus switchen muss, sonst kommt man halt gar nicht zum Stillstand. Außerdem würden dann natürlich Systeme wie ein Quantum-Jammer, EMPs und Co. oder auch irgendwelche neuen Arten von Waffen, also irgendwelche quantumsensitiven Raketen beispielsweise, die dich irgendwie aus dem Quantum-Drive rausziehen oder aus diesem Speed-Modus rausholen, Triebwerke beschädigen können und so weiter, immer interessanter werden. Also das Kampfsystem muss folgerichtig nach den Master-Modes deutlich differenziert werden, deutlich ausgebaut werden, um für alles so quasi immer ein Contra zu haben. Also du brauchst für jedes Pro immer ein Contra, sonst kann man ja irgendwann Schiffe nicht mehr besiegen oder nur noch besiegen. Das ist, da muss man ein bisschen aufpassen. So, aber prinzipiell beim Traden würde ich erstmal sagen, sehe ich jetzt keine allzu großen Probleme. Natürlich kann es dann sein, wenn man landet, dann würden halt Piraten kommen, vielleicht, ja, oder wenn man irgendwo andockt oder irgendwo lootet, irgendwelche Kisten sich schnappt, dann muss man ja stehen bleiben und dann kommen entsprechend NPCs oder Spieler an in Kampfschiffen. Jaja, und dann ist es mit dem Flüchten so eine Sache, weil wir haben ein Problem bei diesen Master-Modes, es dauert eine gewisse Zeit umzuschalten. Also, bin ich im SCM-Modus und will in den Cruise-Modus wechseln, dann dauert das wie nach Schiff 10 Sekunden, 20 Sekunden, 30 Sekunden, das wissen wir nicht genau, muss auch mal abwarten, das ist wieder so eine Balancing-Frage. Es dauert auf jeden Fall eine gewisse Zeit. Das gilt zwar auch für einen Angreifer, das heißt aber, ich kann erst dann in den Quantum-Drive und wegfliegen, wenn dieser Cruise-Modus quasi voll aufgeladen ist. Und das wäre sehr, sehr logisch, dass eben größere Schiffe da eine ganze Weile brauchen. Das Besondere hier ist, sie könnten es dann zukünftig abhängig machen von der Art der Komponenten. Beispielsweise haben wir einen militärischen Quantum-Drive, einen industriellen Quantum-Drive, einen zivilen Quantum-Drive und so weiter. Es wäre also durchaus logisch zu sagen, ein militärischer Quantum-Drive, der kann wesentlich schneller schon funktionieren beim Umschalten als ein Industrieller, der viel langsamer ist, dafür viel spritsparender eventuell sein könnte. Wir würden also aller Voraussicht nach, das folgt für mich aus dem Master-Modus jedenfalls, eine deutliche Verbesserung und auch hier wieder Differenzierung der einzelnen Komponenten, die wir in die Schiffe einbauen können, sehen. Was ich durchaus begrüße, denn das kann nicht schaden, die sind aktuell sehr ähnlich. Oder zumindest sagt man, in den meisten Fällen kommen, ich baue den schnellsten Quantum-Drive ein. Aber wenn dann mehr Stats hinzukommen, mehr Vielfalt reinkommt, dann gibt es da auch ein bisschen mehr Spielraum für uns Spieler, das ganze System für uns anzupassen. Worauf will ich hier hinaus? Ich muss mir mit den Master-Modes und dem neuen Balancing dann eine Frage stellen. Und die Frage lautet, wo will ich eigentlich hin? Gehe ich in irgendein total sicheres System, dann kann ich ja auch spritsparend oder generell ein bisschen unsicherer unterwegs sein, weil da ist halt nicht so viel Gefahr aller Voraussicht nach. Ich brauche auch wahrscheinlich keine Eskorte. Trade ich aber in irgendeiner Piratensektion oder im Pyro-System oder sonst wo, dann brauche ich schon vielleicht bessere oder andere Komponenten, die nicht so spritsparend oder so günstig sind, dafür aber mir die Möglichkeiten geben, schnell zu flüchten oder mich besser auszurüsten generell für solche Kampfgeschichten oder ich brauche sogar eine Eskorte, die mich dann entsprechend schützt, den Gegner also ablenkt, dass ich wegfliegen kann. Das alles wird darauf dann letztendlich auch aufbauen. Momentan ist es ja so, du brauchst eigentlich keinen. Sofern die Gegner jetzt nicht zufällig einen Quantum-Jammer dabei haben, kannst du einfach easy wegspringen. Jeder, der den Herkules C2 hat, der lacht sich ja kaputt, wenn da irgendwie zwei, drei Jäger kommen, juckt ja keinen. Da gehst du einfach schnell in den Quantum-Drive und fliegst davon, die kommen dir niemals hinterher. Das ist dann halt vorbei, weil bis die Herkules C2 umgeschalten hat in den Quantum-Modus, sind eventuell schon die Triebwerke kaputt und wir dürfen noch was anderes Wichtiges nicht vergessen, wir bekommen ja das physikalische Schadensmodell rein im Laufe des Jahres oder nächsten Jahres spätestens, wo, naja, eben dann Triebwerke richtig kaputt geschossen werden können. Wir können sie ja jetzt schon targeten als Sub-Target, aber das gibt es dann noch ein bisschen auf andere Art und Weise. Man kann sogar Komponenten targeten. Also man könnte den Quantum-Drive beschädigen, bevor das Schiff wegfliegt und so weiter. Das heißt, das Thema Quantum-Jamming ist aktuell natürlich wichtig für Piraten. Später mit Master-Modes könnte man auch ohne Quantum-Jamming Piraterie machen. Das ist ja auch nicht gerade unwichtig, weil man kann auch nicht erwarten, dass jetzt fünf oder sechs Piraten zusammen gegen einen einzelnen Spieler kämpfen müssen, um den festzuhalten. Das muss schon vernünftig gebalanced sein. Und gleichzeitig müssen sie natürlich auch dann die Handelspreise beim Trading verbessern, die Mengen verbessern, dass der Trader mehr Geld verdient und sich dann auch eine Eskorte leisten kann. Aber ihr seht schon, da gibt es einige Stolpersteine auf dem Weg, die sie noch ausräumen müssen. Mal sehen, wie ihnen das gelingt. Das ist alles ein bisschen längerfristiges Ding, aber es folgt für mich jedenfalls aus diesen Master-Modes. Beispiel Nummer zwei wäre Mining. Was mache ich mit der Prospector, wenn ich irgendwo unterwegs bin? Naja, ich bin wahrscheinlich im Cruise-Modus. Also ich bin schnell unterwegs und scanne nach Asteroiden. Ich weiß jetzt nicht, ob der Scanner funktioniert. Im Navigations-Modus. Es kann sein. Eventuell sagen sie, du musst zum Scannen in den SCM-Modus. Das wäre dann ziemlich ungünstig. Muss man mal schauen. Aber ich schätze mal, der Scanner wird funktionieren. Aber was auf jeden Fall nicht funktionieren wird im Cruise-Modus, ist der Mining-Laser. Das heißt, jemand mit der Prospector, der wäre dann quasi in dieser kleinen Bredouille, oder mit der Maul auch, in der Bredouille, sich zu entscheiden. Das heißt, er sucht quasi Steine, findet irgendwo ein cooles Cluster oder so, und dann muss er, um das abzubauen, in den SCM switchen. Und wenn er das tut, dann ist er auf jeden Fall erstmal dort so ein bisschen eingeschränkt. Denn wenn dann Piraten kommen, dann würde er nicht einfach wegfliegen können. Er müsste dann erstmal umschalten. Das dauert dann 10, 20 Sekunden, bis er überhaupt fliegen kann, richtig schnell. Und dann wegdüsen mit dem Quantum Drive. Dann ist es oft schon zu spät. Das heißt, der Prospector oder Maul-Pilot, der muss vorher die Umgebung ein bisschen genauer abscannen und ein bisschen genauer gucken. Sind da irgendwelche Feinde unterwegs, die ich vielleicht so nicht einfach sehen kann? Er muss sich absichern. Das ist eben der Punkt. Das muss ich aktuell quasi gar nicht machen. Das wiederum würde das Stealth-Gameplay für die Piratenseite deutlich interessanter machen. Je nachdem, wo man eben ist, könnte man sagen, okay, hier sind viele Asteroiden, hier sind viele Hindernisse im Weg. Ich tarne mein Schiff, indem ich die richtigen Komponenten wieder einbaue. Da habe ich vielleicht ein paar andere Nachteile, mache weniger Schaden, halte weniger aus. Aber ich habe dafür diese Stealth-Eigenschaften und kann eine selbst aufmerksame Prospector oder Maul täuschen, weil ich mit dem Asteroiden, der da irgendwo rumschwebt, quasi verschmelze und indirekt unsichtbar werde. Also ihr seht schon, das Ganze hat ein großes taktisches Potenzial, wo die Spieler ihre Schiffe sehr viel genauer und mit sehr viel mehr Bedacht darauf ausrüsten, was sie eigentlich machen wollen und dass sie sehr viel genauer auch spielen. Also viel mehr sich über das Spiel Gedanken machen, während sie es spielen. Also sich mehr die Frage stellen, was brauche ich für meine Mission, was brauche ich für ein Schiff dafür, was muss das für Komponenten haben, wo bin ich gerade, bin ich in einem sicheren System, in einem unsicheren Sektor, muss ich hier vielleicht eine Eskorte mitnehmen, NPCs oder Spieler, muss ich das ganze Gebiet ein bisschen abscannen, erstmal eine Runde fliegen und auf Nummer sicher gehen oder ist das hier alles relativ safe, kaufe ich vielleicht sogar, und das ist auch noch ganz, ganz wichtig, als Miner eine Mining-Lizenz bei einer sicheren Location, wo dann NPC, Geschütztürme und so das ganze Ding bewachen, wo ich aber dafür Geld bezahlen muss, um dort zu minern oder meinere ich quasi in einem total unsicheren Sektor, wo keine Hilfe ist, dafür habe ich aber nichts bezahlt und kann also ohne Kosten minern. CRG kann also auf diese Weise relativ gut das Ganze ausbalancieren und hat dann die technische Grundlage, um überhaupt das Gameplay dafür zu schaffen, dank diesen Master-Modes. Allerdings könnte es auch schief gehen, wenn sie es nicht ordentlich balancen, dann würden Prospecte oder Mole-Piloten vielleicht sogar gar keine Chance mehr haben, irgendwie zu flüchten, diese Gefahr besteht, auf jeden Fall, und deswegen ist es auch umso wichtiger, dass man das Ganze im Arena-Commander erstmal in Ruhe testet und schaut, wie das Feedback dazu ist. Drittes Beispiel und ich glaube, das ist der wichtigste Punkt bei den Master-Modes, das ist dann der Dogfight. Ich hatte vorhin schon kurz angesprochen, wir haben aktuell extrem schnelle Kämpfe. Die Geschwindigkeiten sind jenseits von gut und böse. Man sieht sein Ziel in der Regel gar nicht. Man schießt nur auf einen unsichtbaren Punkt, auf einen Vorhalterpunkt quasi, der da drumherum ist und es ist eigentlich sehr langweilig, teilweise. Also man sieht auch gar nicht, wo man draufschießt, man kann gar nicht richtig einschätzen, wo man hinschießen möchte. Also wir wollen ja ein physisches Schadensmodell. Aktuell mit diesen Distanzen ist ja alles random. Du ballerst ja nur auf irgendwie, auf den Jäger und hoffst, dass du triffst. Das muss ja eh anders sein, weil du bist ja später dann gezwungen, wegen dem physischen Schadensmodell, die richtigen Bereiche am Schiff zu treffen. Also eben zum Beispiel, was weiß ich, den Antrieb oder was weiß ich, irgendwie den Geschützturm treffen, dass der ausgeht und so weiter. Also alles richtig physikalisch. Dazu müssen aber die Distanzen verringert werden und die Kämpfe müssen näher beieinander liegen, was dann die Mastermodes erlauben. Und ich blende euch hier mal jetzt einen kleinen Dogfight ein, den ich gemacht habe mit dem Eurofighter. Die erste Variante, die ihr hier seht, ist der quasi aktuelle Zustand vom Spiel, wo ihr relativ schnell sehen könnt, dass da nicht allzu viel geht. Klar, man trifft sich, aber wenn man merkt, dass die Schilder runter sind, dann boostet man einfach in irgendeine Richtung, wartet bis die Schilder wieder sich aufladen, greift ihr neu an. Das sind ewige Kämpfe, die irgendwie gefühlt kein Ende nehmen und auch wirklich nicht sehr spannend sind, wie ich jedenfalls finde. Auch taktisch quasi keinen wirklichen Mehrwert haben. Was ihr jetzt hier gleich seht, ist die Variante mit Mastermodes. Wir haben das mal versucht, zu faken, indem wir den Speedlimiter auf ungefähr 220 Meter pro Sekunde gestellt haben. Beide. Und das heißt, das Schiff kann niemals darüber hinausgehen. Ich weiß, ich weiß, der Afterburner fehlt jetzt hier, dass man darüber hinaus kommen kann. Ist schon richtig, aber wir haben es in unserem Rahmen der Möglichkeiten mal gemacht. Und ich glaube, man kann direkt den Unterschied sehen, dass es wesentlich erstmal geiler aussieht, dass es wesentlich taktischer auch ist und ich verspreche euch, es fliegt sich auch wesentlich besser, weil du nicht mehr dieses, ja, dieses Getioste hast, dieses Hin- und Hergerusche. Es ist ein viel taktischeres Kämpfen. Man muss viel mehr ausweichen und den Afterburner quasi nicht benutzen, um schnell zu beschleunigen, sondern kurz auszuweichen und sozusagen damit dem Gegner die Schussbahn zu nehmen. Vielleicht neben ihn zu kommen, hinter ihn zu kommen. Du musst richtig aus, ja, was aus dem ganzen Kampf quasi machen und das ist alles gar nicht möglich im aktuellen Kampfsystem, außer eben man begrenzt die Geschwindigkeiten. Und hier kann jetzt auch keiner flüchten, einfach so. Das heißt, die Dogfights sind gewissermaßen eine feste Sache, also eine feste Entscheidung. Wenn ich mich also, und das ist glaube ich ganz, ganz wichtiger Punkt auch für die Zukunft von Star Citizen, wenn ich mich als Spieler entscheide, einem Kampf beizutreten, diesen Kampf durchzuführen, dann kann ich dann nicht dann irgendwie einen Rückzieher machen, einfach so und wieder abfliegen, wenn ich merke, ich schaffe es nicht. Das ist, es muss schon eine gewisse Endgültigkeit da sein, weil es sonst zu beliebig ist. Ich muss also das Risiko tatsächlich auch haben. Wenn ich einen Dogfight eingehe, dann gibt es halt einen Gewinner. Und dann ist es eben nicht so, dass dann einer wegfliegt und wegboostet und dann quasi mit einem blauen Auge davonkommt. Das kann so auch mal passieren. Ja, bei einem ganz klassischen One-on-One Dogfight fast nicht möglich in den neuen Mastermodes. Und das finde ich auch richtig so, weil ansonsten, naja, hast du quasi keine Risiken. Und wir wollen ja High Risk und High Reward haben. Das wird also das System auch generell dann supporten, wenn ich das jedenfalls richtig einschätze. Also, fassen wir es mal ein bisschen zusammen. Die Mastermodes sind CRGs Lösung für ein sehr altes Problem, nämlich das Speed-Problem. Das haben wir schon seit zig Jahren in Star Citizen drin und übrigens auch in Squadron 4 2 theoretisch, denn auch dort werden die Mastermodes eine Rolle spielen. Und sollte, wenn sie es nicht verkacken und wenn sie es ordentlich balancen, das gesamte, ja, Kampfsystem, das Flugmodel insgesamt auf ein wesentlich besseres Level heben. Wir haben trotzdem weiterhin massive Unterschiede zwischen den jeweiligen Schiffen. Also es ist keine Gleichmacherei, es ist auch nicht irgendwie beliebig, sondern es wird sehr fein geguckt, was braucht das Schiff, was ist das Schiff eigentlich, ist es ein leichter Jäger, ein mittlerer Jäger, ist es ein Handelsschiff, ist es ein Mining-Schiff, ne, und dann guckt man sich sehr genau an, was für Komponenten sind drin, welche Stats haben die und wie wirkt sich das auf die Mastermodes am Ende aus, sodass man also unterm Strich ein viel dedizierteres und viel, ja, viel, wie sagt man, variableres Balancing hat, um einfach mehr Möglichkeiten zu geben an die Spieler und gleichzeitig aber auch einzufordern, hey, wenn ihr euch entscheidet, in den SCM-Modus zu gehen, dann ist das eine wichtige Entscheidung, weil es ist eben nicht etwas, was ich sofort wieder ändern kann, dann muss ich halt damit erstmal leben und gegebenenfalls Risiko auch eingehen. Das sollte letztendlich zu einem wesentlich besseren Spielerlebnis für alle führen, in der Hoffnung natürlich, dass sie es, wie gesagt, nicht versauen oder dass irgendwas durchrutscht, was leider in der Alpha passieren kann. Also ich halte es für durchaus möglich, dass bestimmte Raumschiffe davon einen riesengroßen Nachteil haben könnten, die man, ja, die man nicht so einfach fixen kann, weil das noch eine Alpha ist. Das wird man aber alles sehen. Möglicherweise kann man schon einmal eines festhalten, CRG arbeitet intern, seit mittlerweile bald zwei Jahren an diesem neuen Flugmodel und auch an einem neuen, damit gleichzeitig kommenden Aiming-System, was das Aiming ebenfalls deutlich verbessern sollte und realistischer macht. Das heißt, es ist jetzt nichts, was sie mal schnell hingewurschelt haben. Das ist eine langwierige, ja, Intention gewesen, das reinzubringen und die arbeiten da mit einem größeren Team schon lange dran, insbesondere auf ihr Squad in VO2 und insofern bin ich da relativ beruhigt, dass wir hier eine, ja, schon ganz fortschrittliche Version des Ganzen finden, die schon gut funktioniert und dann werden wir einfach Feedback geben, wenn es in Marina Commander rauskommt. Ich bin sehr gespannt drauf, ihr könnt mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, habe ich irgendwas Wichtiges vergessen, ergänzt es gerne oder wie schätzt ihr generell diese Master-Modes ein, schreibt es mal rein und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. for now. at 65 Degrees the last time I asked I was down on my knees Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020